Geh, wo macht man das an? Ah nein, wie läuft das jetzt oder wo muss ich drücken? Na da. Also meine Herrschaften, wir treffen uns dringendst zu einer Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Waldviertlerhoftheater. Also Handys am besten gar nicht mitbringen. Ich habe eine wirklich überaus wichtige Mitteilung zu machen. Es kommt ein Revisor, kommt zu uns und gestartet. Ein Revisor. Was ist denn Revisor? Also so genau weiß ich das jetzt dann auch nicht. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz hoher Beamter mit höchsten Befugnissen, der hierher zu uns in die Stadt kommt, um uns zu überprüfen, ob hier alles nach dem geschriebenen Gesetz und transparent abläuft. Also kommen, ja? Und ist das eh das jetzt? Das ist nicht das WhatsApp. Das ist das, was sich löscht, oder? Das ist jetzt das WhatsApp? Das ist das Wort. Das muss man zerstören. Das Handy sofort alles löschen und zerstören.